Ich bin heute hier, um den Preis für den dritten Platz bei der Disco Challenge an die Blue Lightning zu vergeben. Wir gehen mal rein. So Mädels, ich hab was für euch. Herzlichen Glückwunsch. Ich wollte mich im Namen der Blue Lightning für den dritten Platz sehr, sehr herzlich bedanken. Wir freuen uns sehr, dass wir die TwinKills mit diesem Check unterstützen können, damit sie zur Weltmeisterschaft nach Japan fahren können. Ein großes Dankeschön an die Leute, die mitgemacht haben und für uns abgestimmt haben und vor allem ein riesen Dankeschön an die Novitas. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.